Es kann nicht sein, welche politischen Schwerpunkte SPD und Grüne hier in Bremen setzen. Wir als CDU, wir verstellen uns überhaupt nicht einer öffentlichen Diskussion über die Frage, sollen wir Cannabis legalisieren? Nein, das auf keinen Fall. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sollen die Bürger draußen eigentlich von SPD und Grüne denken? Eine Landesregierung, die die Warenprobleme nicht anpackt, die falsche Schwerpunkte setzt. Wie kommt das draußen an, wenn man sagt, Cannabis legalisieren, aber keine Anstalt, keine geschlossene Unterbringung für straffällig gewordene jugendliche Flüchtlinge? Wie kommt das draußen an bei den Menschen? Wenn man hier Cannabis vorantreiben will, aber das Geld nicht bereitstellt für Polizisten, für Lehrer, für die Krankenhäuser, für die Kindergärten, weil man einen Haushalt schlichtweg noch nicht vorgelegt hat. Völlig unverantwortlich. Und wie kommt das draußen in der Wirtschaft und bei den Menschen und bei den vielen freien Initiativen an, die auf Planungssicherheit warten, sprich auf Geld? Also Haushalt überhaupt mal vorlegen, Haushalt auch sanieren, Investitionen bereitstellen, alles Mögliche machen in der Politik. Aber bitteschön, die Cannabis-Legalisierung kann nicht Projekt Nummer 1 sein, das kann höchstens eines der letzten Projekte sein. Wir als CDU wollen, dass damit Schluss gemacht wird. SPD und Grüne müssen richtige Schwerpunkte setzen.